Was muss ich tun, um im Wohnmobil bestes Internet zu empfangen? Welche Hardware verwende ich? Welche Verträge verwende ich? All diesen Themen bin ich auf den Grund gegangen. Ich habe viel getestet, zum Beispiel die Starlink-Variante, ob das den Markt revolutioniert. Ich habe Vodafone Cube ausprobiert, ich habe den Netgear ausprobiert, ich habe eine fest verbaute Antenne ausprobiert, hier in diesem Fall die Oyster Connect und natürlich auch das Handy als Hotspot. Und all das stelle ich euch gegenüber mit ganz vielen Tipps und Tricks. Und wenn euch das interessiert, würde ich sagen, schaut ihr euch einfach dieses Video an. Viel Spaß dabei! Ja und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und ich bin schon richtig aufgeregt, weil ich so ein spannendes Thema heute wieder vorhabe. Und zwar das Thema Internet im Wohnmobil. Im besten Fall bestmöglichstes Internet im Wohnmobil. Und wir hatten dazu schon mal ein Video und das ist jetzt aber knapp schon zwei Jahre her und hat sich in der Zwischenzeit so viel getan, zum Beispiel mit diesem kleinen Mann hier. Der versucht den Markt ja wirklich zu revolutionieren und ich habe das Ganze jetzt einfach mal seit zwei, drei Monaten hier wirklich in Dauertests und versuche euch meine Ergebnisse und Erfahrungen einfach ein bisschen strukturiert wiederzugeben. Struktur, gutes Stichwort, wie habe ich das Ganze untergliedert? Ganz einfach, ich stelle euch jede Hardware pöpö vor. Wir fangen an mit dem kleinen Router, mit dem Netgear. Danach gucken wir uns mal den Gigacube von Vodafone an. Dann hüpfen wir aufs Dach und schauen uns mal die festverbaute Antenne an von Oyster, die Oyster Connect. Und dann zu guter Letzt schauen wir uns natürlich noch mal das Ding an, auf das ich am meisten gespannt war und total aufgeregt war und gucken mal, was Starlink alles so zu bieten hat. Und um das wirklich ordentlich vergleichen zu können, versuche ich das Ganze so zu strukturieren, dass wir bei jeder Hardware kurz auf die Spezifikationen eingehen. Also was kostet das, wie groß ist es etc. Danach gehen wir wirklich in die Performance und schauen mal Speedtests an. Ich habe aber auch Testdaten vorbereitet, wo wir immer was hochladen und das Paket auch wieder runterladen und das mit allen vier Geräten, um da auch wirklich einen zeitlichen Vergleich zu haben. Ich glaube, das ist sehr aussagekräftig. Und dann kümmern wir uns, das habe ich auch aus dem letzten Video gelernt, um die Tarife, um die Tarifmöglichkeiten pro Hardware, denn das ist alles andere als trivial. Dafür habe ich mir einen Experten geholt. Das Ganze kann man natürlich auch x-beliebig kombinieren, Deswegen habe ich hier auch Sprungmarken im Video. Wenn euch also speziell nur die Tarifthemen interessieren, dann springt einfach von Tarif zu Tarif. Und ja, dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste beleuchtet. Und zu guter Letzt gebe ich dann noch meinen eigenen Senf dazu ab. Und es kommt zu meinem persönlichen Fazit. Und dann werde ich euch mal sagen, mit was ich in Zukunft auf der Straße sein werde und ins Internet gehen werde. Und bevor wir jetzt lang babbeln, würde ich sagen, fangen wir sofort an. Wir haben heute einiges vor und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Mein Gott, herrlichstes Wetter. Und wir schmeißen uns gleich zusammen ins Wohnmobil und ich teste für euch das erste Gerät. Ich fange an mit dem Netgear, einem mobilen Router. Und was es damit auf sich hat, die ganzen Spezifikationen, das seht ihr jetzt. Wir sprechen hier von dem mobilen Router von Netgear mit der genauen Bezeichnung Nighthawk M2. Nicht zu verwechseln mit dem M5, der kann dann auch G5-Netze abdecken. Das kann der M2 noch nicht. Dieser deckt die 4G, also LTE-Netze und 3G-Netze ab. Er verfügt über einen herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akku mit 540 mA. Das reicht so ca. für 6-8 Stunden Einsatz. Die Größe ist relativ klein. Er misst in jede Richtung 10,5 cm und in die Höhe 2 cm. Er verfügt über ein Touchscreen. Das Ganze ist 2,4 Zoll groß. Und er verspricht super schnelles mobiles Breitband-Internet mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 2 Gigabits pro Sekunde und einem Upload-Bereich von bis zu 150 Mbit pro Sekunde. Das Gewicht beträgt lächerliche 240 g inklusive des Akkus und das Gerät verfügt über folgende externe Anschlüsse. Einmal ein LAN-Anschluss für die direkte Verbindung zum PC beispielsweise über ein USB-C und ein USB-A-Anschluss sowie Anschlüsse für zwei externe TS9-3G bzw. 4G-Antennen. Die unverbindliche Preisempfehlung von Netgear liegt bei 429,99 Euro, wobei man das Gerät durchaus für 380 Euro im Netz schießen kann. Dann kümmern wir uns gleich mal um den Praxistest dieses kleinen Netgears. Generell, wie habe ich das ganze Versuchslabor hier aufgebaut? Ich habe hier einmal einen Rechner, mit dem ich alles messen werde und euch dann am Ende widerspiegeln kann. Und werde jetzt einfach ein Gerät nach dem anderen durchgehen, wie wir es ja schon gesprochen haben. Ich bleibe also mit den Geräten immer an einem Ort stehen, außer mit einer Ausnahme, wenn wir nachher das WLAN testen bei der Oyster Connect, dann fahre ich natürlich nochmal in ein bewohntes Gebiet. Hier bin ich komplett auf dem Feld, mitten in der Pampa und das war ja für mich auch das Interessanteste, weil das ist, finde ich, am Ende beim Camping ja auch das Realistischste. Also Netgear, was machen wir? Ich habe bei dem Netgear ja nochmal Antennenanschlüsse und die möchte ich auch benutzen, denn ich glaube, dann ist das Ergebnis deutlich besser. Ich kann das nicht wissenschaftlich belegen und beweisen, aber meine Erfahrung zeigt mir einfach, dass das mit den Antennen hier außen deutlich besser ist. Magnetantennen in meinem Fall einfach außen hingeklappt, zack, zack und fertig. Das Interessante ist hierbei, oder was vielleicht zu erwähnen ist, auch wenn ich jetzt hier gerade so einen Kabelsalat habe, das Interessante bei diesen Antennenkabeln ist, dass man das durchaus mal durch die vordere Tür leiten kann oder durch ein Häki und man das Fenster oder die Tür immer noch fest schließen kann, weil die Kabel sehr dünn sind und ich habe die Antennen jetzt ungefähr seit drei Jahren, ich habe die vorher auch schon mit einem anderen Router benutzt und die funktionieren immer noch, sind also noch nicht defekt. Also ich schließe die an und dann machen wir uns direkt auf in den Speedtest. Ich habe jetzt immer drei Speedtests gemacht und ich blende euch die hier natürlich entsprechend ein. So und was fällt mir hier bei dem Netgear auf? Bei dem Speedtest, ich habe jetzt immer drei Stück hintereinander gemacht, die Downloadrate ist brutal hier gerade, wo ich stehe. Also es ist wirklich mega. Upload ist nicht so cool, aber die Downloadrate kann ich jetzt schon mal sagen im Vergleich zu anderen ist mega. Also ich habe gerade zwei, dreimal hingeschaut, ob ich wirklich im richtigen Netzwerk bin, habe alle anderen extra ausgemacht, damit da ja nichts schief gehen kann. Aber das ist wirklich beeindruckend und ich möchte an der Stelle auch nochmal betonen, ich mache das gerade mit einer Prepaid-Karte von der Telekom. Also das ist super. Generell muss man aber immer bei diesem Test sagen, es kommt natürlich darauf an, zu welcher Uhrzeit machst du das? Ich bin jetzt hier gerade am Nachmittag unterwegs und natürlich auch, wo machst du das Ganze? Da ist einmal Telekom besser, einmal ist Vodafone besser, ist einmal O2 besser, wie auch immer. Also da gibt es gravierende Unterschiede, was die Örtlichkeit betrifft, was die Zeit betrifft und so weiter. Und deswegen bleibe ich jetzt an einem Ort zu einer Uhrzeit und mache diese ganzen Tests durch. Speedtest habt ihr also jetzt gesehen. Was mache ich noch? Der Speedtest alleine, das ist Theorie, das sind nackte Zahlen. Aber was bedeutet denn das jetzt in der Praxis? Und das möchte ich euch zeigen. Was habe ich dafür gemacht? Ich habe ein Datenpaket vorbereitet und werde das einmal ins Internet hochladen und danach auch gleich wieder zurückladen und messe die Zeit. Und das mache ich auch wieder bei jeder Hardware. Ich erkläre das natürlich nicht so ausführlich bei den anderen wie jetzt, aber damit ihr einfach nur wisst, wie ich das Ganze gegeneinander stelle. Dafür verwende ich meine eigene Software, deswegen auch hier irgendwo Werbung. Einfach nur zur Sicherheit. Ihr habt mich ja immer wieder gefragt, was ich beruflich mache. Und ich bin mit meinem besten Kumpel selbstständig und habe eine kleine Softwareputze, mit der wir richtig geilen Scheiß machen, wie ich so meine. Und das ist ein Tool, wo wir uns genau um das kümmern und zwar um Datentransfer. Große Filmen oder auch ganz, ganz kleine setzen das ein, um zum Beispiel Angebote zu verschicken oder andere große Dateien. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, aber diese Software nutze ich her und wenn ihr jetzt gleich die Screen seht, damit ihr da nicht verwundert seid. Also, ich habe ein Datenpaket geschnürt. Das Ganze hat circa 400 MB geschnürt aus einem Video, ein paar Fotos und einer ZIP-Datei und zwei PDFs. Das ist für mich einfach mal so der Durchschnitt, auch das, was ich in meinem normalen Arbeitsalltag in kurzester Zeit immer wieder hin und her lade. 400 MB, gebe ich jetzt zu, ist jetzt nicht mega groß als Datei, aber ich glaube am Ende sehr aussagekräftig, weil es ist doch ein gewisses Datenvolumen und im Durchschnitt ist es wahrscheinlich genau das, womit man im Alltag ständig antiert. Das bedeutet ja nicht, dass man am Tag nur 400 MB hochlädt, sondern mir geht es hier jetzt um eine Sache von fünf bis maximal zehn Minuten. Ich hoffe nicht, dass es so lange dauern wird. Also, wir jagen das Ganze einfach mal hoch in der Software. Also, wir beginnen immer mit dem Upload, das heißt, wir laden jetzt alles in die Software rein und da gucken wir mal, wie lange das Ganze dauert. Damit wir das alles ordentlich miteinander vergleichen können, stoppe ich natürlich die Zeit immer und wir fangen jetzt mal an mit einem Upload. Ich bereite die Stoppuhr vor und wir legen los. Gut, also wir haben jetzt gesehen, der Upload, der liegt bei zwei Minuten und 50 Sekunden. Das ist schon eine Ansage. Wir haben ja schon bei dem Speedtest gesehen, dass der Download zwar mega schnell war, der Upload war jetzt nicht ganz so prickelnd, aber hey Leute, wir sind hier mitten auf dem Feld. Also, da finde ich auch für 400 MB, zwei Minuten und 50, gar nicht verkehrt. Jetzt gucken wir mal, wie es sich beim Download verhält. Das ist ja sehr vielversprechend. Also, Uhr resetten und los geht's. Hey Leute, das ist Wahnsinn. 24 Sekunden für den Download, das ist beeindruckend. Also muss ich auch gleich dazu sagen, habe ich mit dem Netgear in Verbindung mit der Prepad-Karte nicht immer so gut. Aber generell habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht mit dem Netgear. Ich habe den ja schon seit Jahren, ich habe den dann mal ausgetauscht hier gegen den M2. Ich bin super happy damit, weil die Zahlen, wenn es funktioniert und wenn ich Netz habe, echt gut sind. Der einzige Nachteil ist hier gerade, der überhitzt sehr schnell. Also gerade, wenn es jetzt so heiß ist, wie es momentan heiß ist, dann überhitzt der Akku schnell, gerade wenn man ihn laden muss. Und dann spricht die auch nicht so schnell an. Also, wenn du hier irgendwelche Einstellungen machen möchtest, dann ist das ein bisschen Fahrt. Das dauert immer ein bisschen und da hängt er manchmal ein bisschen. Wenn du dann im Netz mal bist, dann ist es in der Regel egal. Aber bis du dann da bist, kann es schon ein bisschen störend sein. Das ist das einzige Negative, was mir hier manchmal auffällt. Aber wir haben halt hier gerade im Auto auch 30 Grad circa und er hängt eigentlich jetzt, hing er am Strom vorher noch gerade dran, damit er geladen wird. Das sind alle Sachen, die sind natürlich nicht perfekt. Aber man muss es ja erwähnt wissen, im Camping passiert es halt so und die Einsatzzwecke sind hart. Jetzt gucken wir als nächstes mal bei dem Netgear, welche Reichweite das WLAN hat, wenn wir uns vom Auto entfernen. Also, warum ist das interessant? Naja, wenn du jetzt zum Beispiel das Gerät noch am Strom hängen hast und du draußen aber dich vergnügen möchtest, irgendwie schön im Stuhl sitzt und trotzdem irgendwie ein bisschen auf Instagram rumzappeln möchtest, dann kann das ja sehr interessant sein. Deswegen mache ich kurz diesen Test und wir gucken mal, wie weit ich gehen kann. Von dem Punkt hier von der Tür ab bis zum Gerät sind es jetzt etwa vier Meter und ab da zähle ich weiter. Wir machen uns mal auf den Weg. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ihr mich noch hören könnt. Es sind so circa 15 Meter, die ich hier entspannt weggehen kann und habe dann noch Netz. Aber, das ist ja das Tolle bei dem Netgear, dadurch, dass er so klein und mobil ist, kannst du den halt auch einfach überall hin mitnehmen und deswegen ist diese Reichweite hier gar nicht so aussagekräftig. Jetzt wollen wir nochmal gucken, ob der Netgear auch streamen kann, also ob man Spaß hat, mit dem Netgear Filme zu streamen oder Webmeetings abzuhalten. Wie habe ich dieses Versuchsszenario aufgebaut? Ganz einfach. Ich habe mir Chips geholt, ich habe mir mein Tablet aufgehängt. Ich habe hier einen Leseknochen. An dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank an die Nicole, die hat den per Hand gemacht, extra für mich. Insofern ganz, ganz viele Grüße und vielen, vielen Dank. In meinem Fall ist das jetzt der YouTube-Guckknochen. Den lege ich mir hin, mache es mir bequem und gucke mal, ob wir YouTube gucken können. Also ich kann euch sagen, es gehen sowohl Webmeetings, da habe ich viel gemacht mit dem Netgear absolut und auch Streaming geht hervorragend. Plattformen habe ich benutzt, Amazon Prime, ich habe benutzt Apple TV und ich habe natürlich YouTube geguckt. Jetzt haben wir alles über dieses kleine Kistchen hier gelernt. Jetzt bin ich noch mal gespannt, welche Tarifmöglichkeiten empfiehlt uns denn der Experte dazu. Und dazu fahre ich jetzt gleich mal eine Hütte weiter und ich interviewe mal Ibo. So, jetzt reden wir noch über den Netgear und wir wollen über diesen ganzen Tarifwahnsinn sprechen. Und ich habe es ja vorweg schon mal angekündigt, dass ich mich da ein bisschen überfordert fühlte. Und deswegen habe ich mir jetzt einen Profi, einen Experten dazu geholt, und zwar den Ibo von Fohlan. Und dann, Ibo, stell dich doch mal ganz kurz vor, damit wir wissen, mit wem wir es hier überhaupt zu tun haben. Ja, ich bin der Ibo und bin seit mehreren Jahren schon in der Telekommunikationsbranche tätig. Habe natürlich auch in regelmäßigen Abständen auch schon die Herausforderungen gehabt mit Campern wie ihr da draußen, die auch Internet im Camper suchen. Wir haben uns heute mal ein paar Lösungen rausgesucht, die wir euch vorstellen werden. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, dass wir das auch so neutral und objektiv wie möglich betrachten. Das bedeutet noch mal ganz kurz zu euch, damit man das auch ein bisschen einnorden kann. Ihr betreibt ein Unternehmen, Fohnland heißt es, und ihr verkauft darüber verschiedene Tarife. Absolut. Aber wir reden heute auch über Tarife, die ihr gar nicht im Portfolio habt. Und das finde ich sehr, sehr toll. Also an der Stelle schon mal herzlichen Dank dafür. Und wir haben jetzt gesagt, wir reden jetzt über diesen kleinen erstmal. Wir reden über diesen Netgear, eventuell mit den Antennen. Ich habe das bisher immer so gemacht, Ivo, dass ich das mit Prepaid betrieben habe. Woh, davon und Telekom. Ich habe immer zwei Karten, je nachdem, wo das Netzgrad besser ist und gucke, wie das funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn ich dann mit einer Datenflat arbeite, habe ich jetzt hier einen Tarif gehabt, dass ich so 5,95 Euro, glaube ich, am Tag für eine Datenflat gezahlt habe. Du hast dann auch eine komplette Flat gehabt dann? Das ist dann in Deutschland eine komplette Flat. Ist das klug von mir? Was kannst du uns anbieten? Was hast du in petto, wo du sagst, also wenn man wirklich klein arbeiten möchte mit Prepaid? Oder also was gibt es da für uns als, sage ich mal, kleinste Lösung? Was ja Markus jetzt in dem Fall gemacht hat, ist, er lädt Guthaben auf diese Prepaid-Karte auf, die er jetzt in dem Netgear drinnen hat. Du hast ja dann die Möglichkeit, dass du dir diesen Datenpass entsprechend buchst. O2 platziert sich da jetzt sehr gut mit einem Camper-Tarif. Du hast halt den riesen Vorteil, dass du keine Prepaid-Karte hast, sondern tatsächlich einen Vertrag. Der kostet dich 0 Euro im Monat. Das ist der riesen Vorteil. Pass auf, warte, jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen, Entschuldigung. O2 hat einen Camper-Vertrag. Das wusste ich ja nicht. Es ist zufälligerweise seit dem 11.05. ist es tatsächlich so, dass es diesen Tarif eben gibt. Und er hat einen Basistarif von 0 Euro. Und er ist so flexibel, dass du den großen Vorteil hast, dass du eben dann Internet buchst, wenn du Internet brauchst. Und du hast drei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, Tagesflat. Wir reden hier auch von einer Flat mit LTE, aber auch 5G, wenn es der Router entsprechen kann. Das ist mega, bis 300 Mbitz. Und diese Tagesflat kostet dich 499. Bedeutet, du sagst jetzt in zwei Wochen, bist einen Tag unterwegs, brauchst eine Flat, dann kannst du diese Tagesflat für 499 buchen. Am Monatsende werden dir 499 abgebucht. Du musst nichts aufladen. Du musst kein Guthaben aufladen. Also das ist quasi Pre-Ped 2.0. Genau so. Kann man eigentlich so sagen. Das ist für mich perfekt. Das kannte ich überhaupt nicht. Das ist interessant. Ja, ist relativ neu. Du kannst das Ganze natürlich auch ergänzen durch eine Wochenflat. Wenn du sagst, ich bin jetzt eine Woche unterwegs, zahlst dann 19,90, aber auch flat. Und das Gleiche kannst du noch ausdehnen auf einen Monat. Zahlst 49,99 und hast da auch eine komplette Flat für einen Monat. Aber immer total flexibel. Ja, du bist immer total flexibel. Wenn du jetzt beispielsweise sagst, hier, ich bin jetzt drei Monate, mache ich gar nichts. Dann zahlst du natürlich drei Monate 0 Euro. Das ist der große Vorteil. Dann wird ja auch nichts abgebucht. Und wenn du in drei Monaten sagst, jetzt sind wir einen Monat unterwegs, dann buchst du dir die Monatsflat oder Tagesflat oder Wochenflat und hast dann die Möglichkeit, dass du eben einmalig diesen Betrag bezahlst. Der wird bequem vom Bankkonto abgebucht. Wichtig ist nur, wir sind natürlich im EU-Ausland hier eingeschränkt. Es ist immer ein Thema leider. Da gibt es aktuell keine wirklich tolle Lösung für Camper. Es ist so, dass du hier gedrosseltes Volumen hast, wenn du beispielsweise jetzt eine Tagesflat nimmst, dann hast du halt nur 2,8 Gigabyte. Und es ist wenig. Es reicht einfach nicht. Wenn du jetzt in Österreich bist und sagst, du willst hier mal am Abend Netflix schauen, vergiss es. Es geht nicht. Deswegen. Da ist vielleicht auch für euch ganz interessant, weil wir reden jetzt immer über so Daten und ich finde, das ist teilweise total schwer greifbar, was bedeutet denn jetzt 2,8 Gigabyte. Ich habe euch mal zusammengestellt, was welcher Dienst so an Datenvolumen hat und an Traffic verursacht, damit ihr euch dann ein kleines Bild vormachen könnt, findet ihr bei mir auf dem Blog, auch unten in der Videobeschreibung, verlinke ich dazu. Wir machen jetzt weiter. Vielen Dank an der Stelle schon mal, Ibo. Und wir hüpfen jetzt weiter und machen mit der nächsten Hardware weiter, die ich für euch habe. Und zwar ist das der Gigacube von Vodafone oder die Speedbox von Telekom. Ja und damit kommen wir wieder vom Regen in den Sonnenschein. Wir sind fertig mit dem Netgear und wir machen weiter mit dem Vodafone Gigacube. Alle Spezifikationen zu diesem kleinen Mann seht ihr jetzt. Bei dem von mir getesteten Gigacube von Vodafone handelt es sich um den mobilen 4G- bzw. LTE-Router von Huawei mit der genauen Bezeichnung B528S-23A mit einer maximalen kabellosen Datenübertragung von bis zu 300 Mbit pro Sekunde. Die Höhe beträgt ca. 26 cm und im Durchmesser hat er oben ca. 10 cm. Das Gerät wiegt 920 Gramm und ist mit 5,4 Watt ein relativ kleiner Stromverbraucher im Wohnmobil. Auf der Vorderseite befindet sich die Ein- und Austaste sowie LEDs für verschiedene Stati. Auf der Rückseite finden wir dann die Buchsen für die externen Antennen. Wir finden einen LAN-Port. Sowie einen Anschluss für ein Festnetztelefon und natürlich den Anschluss für den Strom. Wir gucken uns jetzt mal das Ganze im Praxistest an. Vorne weg, wenn man das Ganze initial mal installiert, ist das super einfach. Da ist alles dabei. Angesteckt und loslegen. Man muss sich einmalig natürlich verbinden. Das Ganze geht aber auch per QR-Code. Ganz einfach mit der Kamera. Es ist super einfach. Das macht auch irre Spaß. Und in Zukunft merkt sich dann dein mobiles Endgerät oder dein Laptop, das Ganze. Und dann heißt es wirklich nur noch ran an Strom und los geht's. Ran an Strom deswegen, weil ich hier keine Akku-Variante habe. Das gibt es, glaube ich, auch mit Akku. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und bei mir ist das der Fall. Ich brauche da 230 Volt. Das ist zumindest das Netzteil, das mitgeliefert wurde. Jetzt kannst du das machen mit dem Wechselrichter. Ich habe da aber keinen Bock drauf. Ich habe mir ganz einfach so einen Adapter gekauft. Den habe ich generell. Für viele Verbraucher ist das nützlich. Das ist so ein Adapter, den man auch von der Voltzahl einstellen kann. In dem Fall brauche ich 12 Volt. Also insofern ist das ganz easy. Und du kannst dann hier vorne verschiedene Stecker aufstecken. Und der passt dann perfekt für dieses Gerät. Und dann machen wir das Ganze über 12 Volt an. Verbraucht am Ende halt deutlich weniger Strom, als wenn ich das Ganze über den Wechselrichter machen würde. So, und ihr seht, die Lichter gehen an. Ich hoffe, ihr seht das. Ich weiß es nicht genau. Also, die Lichterchen gehen an. Und jetzt haben wir hier auch noch Folgendes. Das haben wir ja in den Spezifikationen auch schon kurz gesehen. Wir haben ja auch die Möglichkeit, Antennen anzuschließen. Und das will ich natürlich der Fairness halber auch machen. Wäre gemein, wenn wir das Ganze nur beim Netgear machen würden. So, damit ist alles verkabelt. Ich stelle das trotzdem mal so hin, damit das bei euch schön aussieht. So. Und wir legen wieder los mit dem Speedtest. Ja, und ihr seht, also beim Download, da sind wir jetzt nicht ganz so gut wie bei dem Netgear gerade eben. Aber ich finde, die Zahlen sind trotzdem beeindruckend. Ehrlicherweise immer noch besser, fast als bei meinem DSL-Anschluss zu Hause. Also, wirklich toll. Und was mir hier auch gefällt, was mir schon auffällt, der Upload ist auch relativ konstant mit zwischen, ja, ich sage mal, im Durchschnitt 35 Mbitz pro Sekunde. Also, das hat schon in sich. Jetzt gucken wir mal, was das Ganze dann in der Praxis bewirkt. Und wir laden die Daten wieder hin und her. So, und jetzt haben wir hier eine Upload-Zeit von 2 Minuten 32. Das bedeutet, wir sind schon ein bisschen besser als bei dem Netgear. Und ich finde auch, die 2 Minuten 32 sind echt beeindruckend. Ihr müsst überlegen, ich stehe hier mitten in der Pampa. Das Ding einfach nur angeschlossen, fertig, boom, los geht's. Also, das macht Spaß. Und jetzt gucken wir natürlich, was der Download macht. Also, wir sind jetzt bei 54 Sekunden Download von 400 Mbitz. Das bedeutet, wir sind ein klein wenig schlechter als zuvor beim Netgear. Der hatte aber wirklich imposante Download-Zahlen. Das ist, wie gesagt, das ist nicht normal. Das habe ich im Durchschnitt nicht immer in der Höhe. Aber ich finde auch das, 400 Mbitz in nicht mal einer Minute runtergeladen, mitten auf der Pampa, gar nicht verkehrt. Damit sind wir mit den Speed-Tests und Praxistests durch. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt mal raus und schauen uns das Ganze mal bei der Reichweite des WLANs hier an. Wie weit kann ich mich vom Fahrzeug entfernen? Wir sind hier wieder bei 4 Meter und ich fange an. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Also, beim Gigacube kann ich mich circa 26 Meter wegbewegen, bevor das Netz dann schlechter wird. Und das finde ich ist auch wirklich eine tolle Zahl. Also, eines kann ich euch versprechen, mit dem Gigacube kannst du Webmeetings abhalten ohne Ende. Du kannst Videostreamen. Funktioniert hervorragend. Was hat es denn mit den Tarifen hier auf sich, Evo? Du hast im Grunde, ja, du hast zwei Möglichkeiten. Du hast die Gigacube Flex-Variante für denjenigen, der sagt, ich brauche nicht dauerhaft Internet, sondern eben auch flexibel. Das Ding steckst du einfach nur an den Strom an. Du musst nichts aktivieren. Das Ding aktiviert sich vollkommen von selber. Wenn du dieses Ding an den Strom ansteckst, aktiviert sich das Gerät. Du bezahlst für diesen einen Monat 35 Euro. Okay. Hast für diese 35 Euro 50 Gigabyte zur Verfügung. Wenn du die verbrauchen solltest, hast du die Möglichkeit, ein erneut das Datenpaket zu buchen. Nimmst du den aber drei Monate nicht her, dann bezahlst du auch nichts. Das ist so ein bisschen wie diese O2-Geschichte vorher, ne? Genau. Wichtig ist hier, es gibt noch eine andere Variante, die 24-Monats-Variante für Kunden oder für Camper, die eben sagen, ich möchte es regelmäßig nutzen. Was ist der konkrete Vorteil bei der 24-Monats-Variante? Du hast halt mehr Datenvolumen für diese 35 Euro. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig. Das verändert sich ja die ganze Zeit. Ihr haltet das auf eurer Webseite aktuell. Ich verlinke euch das natürlich im Blog. Das zeige ich euch nachher auch gleich nochmal alles. Jetzt aber wieder zurück zum Geocube. Das bedeutet, da gibt es zwei verschiedene Tarife. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, man zahlt immer für 24 Monate. Aber das ist auch nochmal sehr interessant. Und es stimmt schon, einfach an Strom anstecken und los geht es. Das ist ja sehr, sehr geil. Aber führt dann, wenn ich es richtig verstanden habe, bei der Flex-Variante auch dazu, dass jedes Mal, wenn ich das Ding einstecke, bam, zahle ich. Genau. Also wenn du jetzt vorhast, dass du mal schnell 10 Minuten ins Internet gehen willst und du steckst dieses Ding an. 35 Euro verplant. Das ist halt einfach für 30 Tage das Internet. Okay. Ein großes Manko gibt es. Manko? Ja. Okay, sag. Die Herausforderung ist, du kannst dieses Gerät nur in Deutschland nutzen. Sowohl die Speedbox von der Telekom als auch Vodafone. Ihr habt hier die Herausforderung, dieses Ding geht nur in Deutschland. Sobald du im EU-Ausland bist, vergiss es. Und wenn ich dann einfach eine andere Prefait-Karte einstecke? Ja, gute Idee. Funktioniert nicht. Das Gerät ist SIM-Lock gesperrt. Das bedeutet, du kannst es tatsächlich auch nur mit der vorgesehenen SIM-Karte nutzen. Telekom, Vodafone. Warum macht ihr das mit uns? Das wäre so geil. Leider. Okay. Ja, aber gut, dass du sagst. Das ist ja super wichtig. Also, bist du in Deutschland unterwegs? Mega. Fährst du nach Österreich, Dänemark, Holland? Hast du ein Problem? Ja. Schade. Einmalig bezahlst du hier 49,99 Euro Anschlussgebühr. Ja. Ihr müsst halt dann für die Hardware noch einmalig bezahlen. Das ist abhängig davon, welche Variante ihr nehmt. Auch hier ist es wieder so, wenn ihr die 24-Monats-Variante nehmt, bezahlt ihr weniger einmalig. Die Range ist so zwischen 79,99 Euro bis 100, 110 Euro. Je nachdem, welche Variante das du halt willst. Okay. Kurze Frage noch. Diese 49 Euro Anschlussgebühr zahle ich sowohl bei dem Flex-Tarif als auch bei dem anderen? Genau so. Okay. Und bei der Telekom wird es wahrscheinlich relativ ähnlich sein, oder? Ja, absolut. Also es ist halt nur das andere Netz, aber die Vorgehensweise ist auch tatsächlich die gleiche. Okay. Cool. Ja, dann sind wir damit eigentlich auch schon wieder fertig. Mit den mobilen Varianten sind wir soweit durch. Jetzt kommen wir zu der festverbauten Antenne von Oyster. Hier oben seht ihr sie schon. Das ist die Oyster Connect und was die in den Spezifikationen also zu bieten hat und wie der Einbau funktioniert, das Ganze schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Das ist also nun das gute Stück von der Firma Tenhaft mit dem Namen Oyster Connect und wir gucken uns zunächst den Lieferumfang an. Der besteht aus einer Outdoor-Unit, also der Antenne inklusive der Montageplatte. Das Ganze wird auf dem Dach des Fahrzeuges montiert. Es besteht aus einer Indoor-Unit, so bezeichnet Tenhaft den Router, der mitgeliefert wird. Es besteht aus einer Dachdurchführung inklusive eines Datenkabels mit einer Länge von 4 Metern und zu guter Letzt ein Stromanschlusskabel für die Oyster Connect Indoor-Unit. Das Antennengehäuse misst eine Höhe von 12 cm, eine Länge von 40,5 cm und eine Breite von 29,2 cm. Die Maße des Routers betragen 3 cm, 10,6 cm in die Tiefe und 17,3 cm in die Breite. Die Oyster Connect bringt inklusive der Indoor-Unit und dem gesamten Zubehör 2 kg auf die Waage. Die Stromaufnahme des 12- oder 24-Volt betriebenen Systems liegt bei dem Betrieb bei maximal 10 Watt und im Standby-Betrieb bei unter 0,1 Watt. Der Preis des gesamten Systems liegt bei 899 Euro, zuzüglich gegebenenfalls des Einbaus. Diese Antenne hat nun zwei Besonderheiten. Eine davon ist, dass die SIM-Karte direkt in dem Antennenteil verbaut ist. Da sagt man am Anfang, ja, das ist ja blöd, wenn ich die wechseln muss, dann muss ich aufs Dach klettern. Ja, das ist richtig, deswegen habe ich die Antenne so montiert, dass ich direkt aus meinem Dachhege rankomme, die vier Schrauben löse und dann ganz einfach die SIM-Karte wechseln kann. Der Riesenvorteil ist nun aber, dass ich von der Antenne zu dem Innenteil ein Datenkabel verlegen kann und kein Koaxialkabel verlegen muss. Denn der große Nachteil eines Koaxialkabels ist der enorme Signalverlust. Ein Koaxialkabel hat je nach Güte und Frequenz einen Signalverlust von 0,5 bis 1,5 dB pro Meter. Gehen wir davon aus, dass wir ein vier Meter langes Koaxialkabel haben, dann würden wir einen Signalverlust von 50 bis 75 Prozent in Kauf nehmen und das können wir damit super umgehen. Die zweite Besonderheit sind die verbauten Antennen, die dieses Gehäuse beinhaltet. Zum Beispiel zwei LTE Diversity Antennen, die die europäischen LTE Bänder unterstützen. Zudem sorgen diese Antennen für einen optimierten Wirkungsgrad und das bedeutet, bildlich gesprochen, wenn du zum Beispiel an einem Campingplatz stehst, der ziemlich überfüllt ist und dort ist auch direkt ein Sendemast, dann würde sich dein Handy normalerweise direkt an den nächstgelegenen Sendemasten einwählen. Der ist aber schon ein bisschen überfordert, weil eben der Campingplatz auch so überfüllt ist und jetzt sucht sich diese Antenne den nächsten Sendemasten, der vielleicht nicht so viele eingewählte Endgeräte hat und dadurch für besseres Netz sorgen kann und das wirst du am Ende auch in deiner eigenen Datenrate spüren und das macht es natürlich sehr interessant. Neben den LTE Antennen sind auch Duralband WLAN Antennen mit 2x2 MIMO Technologie verbaut. Das bedeutet, dass die MIMO Technologie mehrere Sende und Empfangsantennen benutzt und dadurch der Router mehrere Datenströme parallel verarbeiten kann. Das bedeutet vereinflusst, wenn du in der Nähe eines WLANs stehst, das du vielleicht mit dem Handy nicht mehr erreichst, kann die Äußer das abfangen und dir verstärkt in dein Fahrzeug bringen und du musst dich nicht ins LTE Netz einwählen. Aber jetzt bauen wir sie erstmal ein. Ich nutze dieses furchtbar kreislige Wetter wie man bei uns sagt jetzt aus und fahre mal mein Fahrzeug in die Halle und kümmere mich um den Einbau der Antenne. Und wenn ich ehrlich bin, lasse ich mir da helfen. Ich bin heute zu Autarka gefahren. Das ist ein autorisierter Händler, der bei mir ganz in der Nähe ist und der hilft mir dabei, denn das muss man auch sagen, man kann sich definitiv diese Antenne selber aufs Auto bauen. Aber wenn man nicht ganz so technisch geschickt ist wie ich, dann sollte man sich definitiv Hilfe suchen. Das Aufkleben der Antenne ist glaube ich noch gar nicht so das Problem. Ich bin gespannt, wie dann vor allem die Kabelführung ist in das Fahrzeug. Du musst ja auch noch ein Loch ins Fahrzeug bauen. Du musst innen den Strom dahin legen, wo der Router sein soll. Und da suche ich mir lieber fachmännische Hilfe, damit es am Ende auch wirklich alles Hand und Fuß hat. Also rein mit uns. Ich bin gespannt, wie es läuft. Begonnen wird mit dem Verkleben der Montageplatte, auf der später das Antennengehäuse mit vier Schrauben einfach verschraubt wird. Ich bin gespannt, Und sobald die Montageplatte fest verklebt ist, geht es ans Eingemachte, denn es geht jetzt um das Loch, wo das Kabel durchgeführt wird in das Fahrzeug und das bietet sich bei mir bei der DINET an, denn direkt hier habe ich einen Staukasten, der schon ein Stromkabel verlegt hat und das ist natürlich optimal. Ich will doch noch Internet. Warum bauen die mir denn jetzt den Stuhl aus? Das hat einen Grund und das ist auch wichtig zu wissen. Jetzt einfach nur zu sagen, hey cool, da ballern wir eine Antenne drauf, da kommt innen noch der Route rein, drei Stunden bist du fertig. So funktioniert es halt leider nicht. Das haben wir in dem Video mit den Stützen auch schon mal gesehen, ich verlinke das hier oben nochmal. Wohnmobile sind halt total individuell und du weißt nicht genau, wo kommt die Antenne aufs Dach, wo hast du welche Solaranlage, wie kannst du die Kabelführung machen, wo kannst du nochmal ins Auto reinkommen, wo kannst du dann Strom finden im Auto, um den Router anzuschließen. Das sind alles Themen, die das Ganze ein bisschen komplex machen. Wir hätten jetzt in meinem Fall richtig Glück, weil das Stromkabel schon lag und wir uns insofern relativ einfach tun, den Router anzubringen und am Strom anzuschließen. Auf der anderen Seite müssen wir den, auch wenn das Kabel schon verlegt ist, natürlich noch entsprechend hier an den Batterien anschließen und das ist genau der Grund, warum jetzt zum Beispiel der Stuhl ausgebaut werden musste, weil wir anders nicht drangekommen wären. Und ganz ehrlich, ich bin heil froh, dass ich das hier machen lasse, weil alleine wäre ich spätestens daran komplett gescheitert. Bin ich aber nicht, deswegen noch schnell das Kabel verlegt, die Antenne fest verschraubt und dann kann es auch schon losgehen. Man muss noch einmal das System einrichten und das funktioniert auch sehr, sehr einfach über das Interface von Oyster. Es sieht jetzt vielleicht nicht so schick aus, aber es funktioniert alles tadellos und darauf kommt es schließlich an. Ihr habt die Spezifikation gesehen, ihr habt den Einbau gesehen und jetzt, bevor wir loslegen, schalten wir das Ganze mal an. Ich muss auch nochmal darauf achten, ob wir dann wirklich im LTE-Netz sind und nicht im WLAN sind, aber das sieht gut aus. Wir warten bis hier alle Lämpchen auf grün sind und dann geht es auch schon los. Also man sieht jetzt schon, dass mir Oyster angibt, okay, die Netzverbindung ist jetzt nicht die beste, also es ginge besser und deswegen bin ich jetzt erst recht gespannt auf das entsprechende Ergebnis. Und ich würde sagen, bevor wir lang barbeln, machen wir gleich wieder den Speedtest. So und das finde ich jetzt auch wieder sehr interessant. Ich betreibe den jetzt gerade mit einem Festnetzvertrag, also nicht mit einer Prepaid-Karte, mit einem Datenvertrag. Und hier habe ich als Download-Zeit immer so um die knapp 50 Mbit beim Download. Das ist jetzt nicht prickelnd, haben wir ja schon besser gesehen. Beim Upload dafür haben wir auch immer knapp unter 50 Mbit. Also insofern ist das sehr, sehr gleich und das könnte natürlich viel Spaß machen, wenn wir jetzt gleich uploaden. Bin jetzt mal gespannt, was das in der Praxis bedeutet. Wir machen gleich mal weiter und laden die Daten wieder hin und her. Ja, also das ist jetzt schon mal besser als die anderen Systeme. Bedeutung unter 2 Minuten, 1 Minute 42 Sekunden im Upload. Das ging jetzt wirklich ratzfatz, hat Spaß gemacht. Und dann machen wir gleich mal weiter. Jetzt bin ich gespannt, was es mit dem Download bedeutet. Und los! Alles klar, Download haben wir 51 Sekunden. Auch das ist gar nicht schlecht von der Rate her, will ich meinen. Und das ist auch wirklich was, was mir jetzt in den ganzen letzten drei Monaten aufgefallen ist. Die Oyster Connect hat wirklich immer die zuverlässigste Stabilität. Also es ist immer gleichbleibende Qualität von der Netzabdeckung sogar während der Fahrt. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend während der Fahrt. Warum? Wenn ich jetzt zum Beispiel viele Net-Meetings habe, wo ich zwar nicht mit der Kamera gesehen werden muss, aber ich mich mit dem Audio dazu schalte, Teams zum Beispiel oder so, dann verbinde ich mich gar nicht mehr über das Mobilfunknetz, sondern ich verbinde mich direkt mit der Außenantenne. Weil ich damit deutlich bessere Erfahrungen habe, als mit dem Handy selber über das Mobilfunk mich per Audio dazu zu wählen. Das hat nicht so viel Spaß gemacht. Und mache ich das über WLAN hier intern und außen sitzt die Antenne, da hat das richtig geknallt. Ich hatte immer zuverlässig Verbindungen, auch während der Fahrt. Aber wir machen jetzt weiter, wie bei den anderen auch. Und zwar gehen wir raus und gucken mal, wie weit das WLAN hier reicht. Ja, auch hier sind wir fast ähnlich wie bei dem Giga Cube. Bei der Oyster sind wir so 25 Meter entfernt und dann beginnt das Netzwerk schlechter zu werden. Aber ich finde auch, das ist absolut ausreichend. Also das bedeutet, du kannst ja sogar noch beim Nachbarn schön deinen Weinabend verbringen. Du kannst immer noch mit deinem eigenen WLAN in Instagram gehen, warum auch immer. Aber ihr wisst, was ich meine. Kann ich jetzt mit der Oyster Connect, wenn ich im mobilen Netz eingewählt bin, auch wirklich streamen und Webmeetings abhalten? Wir gucken mal. Also auch hier kann ich euch versprechen, es funktioniert hervorragend, sogar während der Fahrt. Und das ist wirklich eine Ausnahme, das hatte ich bei den anderen Geräten nicht in der Form. Also wenn du die Oyster Connect mit LTE verbindest und unterwegs bist während dem Fahren, kannst du sogar noch Online-Meetings abhalten. Also natürlich fährt da jemand anders und du sitzt hinten und arbeitest brav. Und jetzt haben wir noch einen zweiten Weg, mit der Oyster Connect ans Internet zu gelangen, beziehungsweise ins Internet zu gelangen. Und alle, die von euch dieses Gerät hier noch kennen, diesen Webcatcher, den ich in meinem letzten Video schon vorgestellt habe, genau dasselbe macht im Prinzip die Oyster Connect auch. Das bedeutet, wir haben ja in den Spezifikationen schon gelernt, dass da mehrere Antennen drin sind, unter anderem eben auch Antennen für das WLAN. Das bedeutet ganz salopp und einfach gesagt, wenn du irgendwo am Campingplatz weit weg von der Rezeption stehst und nur an der Rezeption ist ein Hotspot, der für dich auch for free ist, dann hast du wahrscheinlich das Problem, dass du an deinem Stellplatz dieses Signal nicht mehr erreichst mit deinem normalen PC oder mit deinem Handy. Und mit dieser Technologie, beziehungsweise der Oyster Connect, kannst du dann diese schwache WLAN aufgreifen und verstärken sozusagen. Und es gibt es dir hier ins Auto wieder über das dann bestehende Bordnetzwerk und dann kannst du dich in dieses freie Netzwerk einwählen. Das ist also der Plan und mein großes Ziel ist natürlich, diese aus dem Auto zu verbannen, denn dann muss ich da nicht mehr rumräumen und habe alles in einem und spare mir auch wieder einen Platz auf meiner Camper Safety Card. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Wie kommst du jetzt aber von dem LTE-Modus auf den WLAN-Modus? Es ist ganz einfach. Es gibt am Ende zwei Möglichkeiten dazu. Die erste und initial wichtige ist die Softwarelösung. Das bedeutet, man öffnet das Interface der Oyster Connect und kann hier sehr simpel zwischen LTE-Modus und WLAN-Modus hin und her schalten. Wenn man auf den WLAN-Modus geschaltet hat, sieht man hier unten eine gewisse Auswahl der verfügbaren Netze. Und da wählst du dir das Netz aus, das du haben möchtest und zu dem du auch Zugang hast und musst dann, wie man es auch ganz normal gewöhnt ist, das Passwort vergeben. Und dann wählt sich die Oyster Connect in dieses WLAN ein und gibt es dir hier mit deinem normalen Netzwerknamen und Passwort entsprechend wieder. Diese Zugangsdaten merkt sich auch die Oyster Connect und das ist insofern ganz interessant und das führt uns auch zur zweiten Methode umzuschalten. Wenn du dir dieses Netz einmal gemerkt hast, kannst du das Ganze auch direkt an der Hardware umschalten über einen Schalter. Am Gerät selber und das ist ganz einfach. Alles was du machen musst, ist an der Hardware selber, also am Router, einen Knopf betätigen und dann bucht sich das System von dem LTE-Netz direkt auf das entsprechende WLAN-Netz. Also Ivo, jetzt bist du wieder da, herzlichen Dank dafür. Wir haben uns gesehen, wie man die Connect einbaut, was sie bringt, wie sie funktioniert, die ganzen technischen Spezifikationen und jetzt wieder zum Tarif. Spätestens ab jetzt war für mich klar, prepaid ist dahin. Was kannst du mir empfehlen? Du nimmst es sehr regelmäßig her, das weiß ich. Du brauchst viel Internet und da gibt es von der Telekom einen coolen Tarif. Einmal alles. Du hast wirklich eine Flat in Deutschland, du kannst so viel surfen, wie du möchtest. Du bezahlst 88 Euro im Monat, hört sich nicht wenig an, aber du hast alles mit dabei. Der Vorteil ist, du kannst das Ganze natürlich auch ergänzen um eine Multisim, also die Zweitkarte zum bestehenden Tarif. Ich mache dir ein Beispiel. Du hast einen Hauptvertrag, das ist quasi dieser Business-Tarif, dieser All-In-Vertrag, der 88 Euro kostet. Für mein Handy. Für dein Handy, ganz genau. Den nimmst du für dein Smartphone her, ergänzt das Ganze um diese Multisim, die kostet dich dann 30 Euro im Monat, dann hast du 120 Euro im Monat, sag ich jetzt mal, aber du hast beides abgedeckt. Du hast sowohl flat auf deinem Smartphone, wenn du jetzt nicht im Camper unterwegs bist und durch diese Multisim, die du einmal hier oben rein tust, hast du halt einfach alles mit dabei. Ja, und der Name sagt ja auch schon, das ist ein Business-Tarif, das bedeutet, das ist wirklich für die, die das wirklich intensiv benutzen und betreiben. Ja, auch der Riesenvorteil ist, der Tarif hat wirklich eine sehr hohe Datenübertragungsrate. Rate mal, was das Problem ist. Ausland? Genau. Nein! Das Problem ist nicht so groß. Du hast gesagt All-In. Ja, es ist richtig. Du hast im EU-Ausland 30 GB im Monat. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist nichts. Nee, ja. 30 GB im Monat ist okay. Es kommt halt darauf an, ob es dir reicht. Ja, ich sag mal, also wenn du jetzt im Urlaub unterwegs bist, dann müssen dir 30 eigentlich lang, weil du fährst ja nicht in Urlaub, um vor dem Internet zu hängen. Ja. Aber gut, who knows? Wenn es recht verregnet ist, du viel Netflix guckst, Netflix guckst, mein Gott, ist das schwierig, und du viel arbeiten musst, dann kann 30 schon wieder knapp werden. Also ich meine, ihr seht das ja selber in der Tabelle. Ich verweise nochmal auf diese Tabelle. Ihr seht die auf der Webseite, wo du einfach mal ein bisschen analysieren kannst, welche Dienste nutzt du und was hat das dann am Ende auch für ein Datentraffic mit sich. Also schaut einfach mal selber. Aber 30 können am Ende schon schnell weggehen. Das ist ein GB am Tag. Also muss man auch mal so sehen. Du hast jetzt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass du dir einen reinen Datentarif holst. Jetzt mal fernab von der Telekom. O2 bietet einen ziemlich coolen Tarif an. Das ist ein reiner Datentarif. Den schließt du unabhängig von deinem Handytarif ab. Okay. Also der kommt immer on top. Genau. Du hast monatlich 60 GB. Die gelten in Deutschland und jetzt kommt es auch im EU-Ausland. Du hast ein Datenvolumen, 60 GB im Monat. Im gesamten EU-Ausland kannst du den mitnutzen. Du bezahlst 29,99 dafür. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja, das ist ein Riesenrange. Es ist natürlich so, dass nicht jeder die beste Erfahrung mit dem O2-Netz hat. Aber ich bin der Meinung, es wird wirklich besser. Die Telekom, die punktet halt hier mit der Qualität, was das Thema Netz angeht. Deswegen sieht die natürlich wesentlich teurer. Aber ich finde, dass das natürlich eine gute Alternative ist, wenn du hier O2 nimmst. Weißt du, ob ich da dann auch nochmal dazu buchen könnte? Sollte es mir nicht reichen? Ja, es ist definitiv so, dass du, wenn du die 60 GB eben verbraucht hast, ihr bekommt dann halt eine SMS, in der es dann heißt, Achtung, Datenvolumenverbrauch, du kannst ein Paket buchen. 24 Monate Laufzeit, Anschlussgebühr einmalig 50 Euro. Okay. Genau. An der Stelle schon mal ganz herzlichen Dank an dich und diese ganzen Informationen. Wir haben es ja vorher auch schon immer wieder mal gesagt, das ist halt so unterschiedlich von der Zeit her. Da ändert sich so viel von den Tarifen. Ihr habt mir versprochen, dass ihr das alles ein bisschen so aktuell haltet auf der Website. Ich verlinke das alles nochmal. Und deswegen echt sakrisches Danke an euch für diese ganze Unterstützung, weil ich habe einfach lernen müssen, was diese Tarife betrifft. Es gibt keinen, der uns Campern so wirklich helfen kann. Und man hat es ja jetzt auch wieder gesehen, dass da im Aus dann nicht einfach mal so ein Rundum-Sorglos-Paket dabei ist. Das ist einfach schwierig. Lass uns zum Telefonhörer greifen. Ich meine, ein bisschen Community haben wir da, oder wir Camper? Da muss doch jemand sein, der da Bock drauf hat. Ganz klar. Wir haben halt natürlich das Thema, wir haben auch Camper, die bei uns aktiv anfragen, du, was soll ich denn jetzt machen? Und wenn ich denen natürlich für das EU-Ausland keine Lösung anbieten kann, schwierig. Also wir können gerne den Hörer in die Hand nehmen und mal bei den Netzwerken einfach ankommen. Das machen wir jetzt auf alle Fälle. Und ihr springt gleich zum Fazit über. Eine Sache ist vielleicht noch wichtig. Ihr verbaut die Connect ja selber auch, habe ich gesehen. Ja, also du bekommst nicht nur den richtigen Tarif. Wir verbauen die Oyster auch. So hast du halt alles aus einer Hand, dass das auch fachgerecht installiert ist. Perfekt. Und wenn man Fragen hat zu den Tarifen, kann man sich auch direkt an euch wenden, darf ich das sagen? Ich bitte darum. Es ist ganz wichtig, wenn, das ist immer sehr individuell zu betrachten und viel schlimmer, es passiert jeden Tag wieder was. Es ist wieder was Neues mit dabei und wir versuchen euch dann natürlich immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Meldet euch, wir sprechen mit euch, wir schreiben mit euch, gar kein Thema. Cool, dann herzlichen Dank und wir greifen jetzt ans Telefon. Okay und jetzt heben wir ab. Wir gucken uns mal Starlink an und bevor wir in den Praxistest eintauchen, zeige ich euch ganz kurz die Spezifikationen, Lieferumfang und, und, und. Viel Spaß. Ein Thema bei den Spezifikationen, was ich bei den vorherigen Themen total ignoriert habe, weil irrelevant, ist das Thema Gewicht. Das verhält sich hier bei Starlink allerdings ein bisschen anders. Pass mal auf. So, Kilogramm ist eingestellt. Also wir haben knapp 14 Kilogramm und das ist natürlich schon eine Ansage. Klar, jetzt ist hier die Verpackung mit dabei, aber ich würde es auch nicht ohne Verpackung messen, weil du sie eigentlich brauchst zum Transportieren, sonst funktioniert das Ganze nicht. Beziehungsweise ist dann die Gefahr groß, dass du am Ende das System irgendwo beschädigst. Ja, aber was befindet sich jetzt in der Kiste? Zum einen ein Standfuß, dann die Satellitenschüssel selbst natürlich, ein entsprechendes Netzgerät, ein Router und die entsprechenden Kabel. Und das war es auch schon. Alles, was ihr noch braucht, ist, ihr geht auf den App Store und ladet euch die entsprechende Starlink-App herunter. Was ist das jetzt aber? Das Ganze ist kein Mobilfunknetz, sondern ein auf Satelliten gestütztes System. Elon Musk hat es inszeniert und in Summe will er über 42.000 Satelliten ins Weltall schießen. 12.000 sind davon bereits genehmigt und angeblich sind schon 1.000 im Weltall vorhanden, um uns auf der Erde schnelleres Internet zu ermöglichen. Diese Technologie verspricht am Ende ein verfügbares Internet auf jedem Fleck dieser Erde und das ist eigentlich das hochspannende an diesem System. Und macht es eben für uns Camper auch durchaus sehr interessant und reizvoll. Die Schüssel selbst hat einen Durchmesser von 59 Zentimeter und ist in der Höhe je nach Ausrichtung maximal 70 Zentimeter hoch. Und der Stromverbrauch, der hat es wirklich in sich, der lag bei mir immer bei 106 Watt. Und jetzt tauchen wir direkt ein in den Praxistest. Generell zur Erstinstallation ist zu sagen, es ist super einfach, man wird komplett durchnavigiert und das Ganze ist wirklich in 15 Minuten erledigt. Alles, was ihr dazu baut, ist ein mobiles Endgerät, also am besten Handy oder so. Und dann richtet ihr das im Nu ein, macht richtig viel Spaß, wie man es wahrscheinlich auch erwartet. Jetzt aber in der Praxis hier draußen, was bedeutet das? Ich habe hier einmal meinen Router und dann habe ich ein Netzteil. Das Netzteil ist ziemlich groß und ziemlich fett. An dem Netzteil habe ich ein weißes, ganz normales LAN-Kabel. Weißer Stecker, weißes Kabel in die weiße Box. Zack, damit ist das hier schon mal erledigt. Ja, und dann hat man noch das schwarze Kabel von der Satellitenschüssel. Und das sieht, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, auch aus wie ein ganz normales LAN-Kabel, aber ist es leider nicht. Da liegt Strom drauf für die Motoren in der Satellitenschüssel. Und das bedeutet, ich kann es nicht einfach austauschen. Wir haben ja schon gehört, das ist ellenlang, das brauche ich als Camper überhaupt nicht. Kann ich also nicht austauschen, liegt Strom drauf, kein normales Netzwerkkabel. Ich stecke das schwarze Kabel in die schwarze Box, das weiße Kabel in die weiße Box. Auch da kann man nicht so viel verkehrt machen, da ist die Chance 50-50. Und dann, und jetzt kommt schon der nächste Haken, hier, 230 Volt. Das bedeutet, ich brauche unbedingt einen Wechselrichter. Da kann ich mir nicht mehr helfen, wie mit dem Gigacube zum Beispiel von Vodafone. Da brauche ich einen Wechselrichter und ich schließe das jetzt mal an. Und ihr achtet dann da hinten schon mal auf die Schüssel. So, das Ganze fährt jetzt hoch, das System. Und das Ganze braucht ungefähr so 30 Sekunden, bis es echt einsatzfähig ist. Wir werden gleich an der Schüssel sehen, dass die sich ausrichtet. Gebt mir da einen kleinen Moment, beziehungsweise der Schüssel. Gucken wir uns das genauer an. Jetzt habt ihr schon gesehen, die Schüssel richtet sich jetzt also aus. Wichtig ist, sie fängt jetzt an zu drehen und guckt jetzt, wie sie sich am besten ausrichtet, dass sie die bestmögliche Satelliteneinstellung hat oder Einstellung zu den Satelliten. Ganz wichtig ist, die Schüssel mag es natürlich nicht, wenn die Sicht nach oben hin versperrt ist. Also Bäume oder irgendwelche Gebäude ist ein bisschen doof. Umso freier der Himmel, umso einfacher und umso besser ist das Ganze für den Empfang später. So, ich hole mir noch mein Handy dazu. Jetzt sucht sie sich die Satelliten. Ihr seht, die dreht sich und jetzt wird sie sich wahrscheinlich gleich noch ein bisschen schräg stellen, damit sie dann, ja genau, und jetzt hat sie die optimale Verbindung. Wir gehen sofort los mit dem Speedtest und ich zeige euch, was hier passiert. Boah, 226, also Downloadrate ist schon beeindruckend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich die Tests anschaut, die Downloadrate ist sehr, sehr beeindruckend. Uploadrate können die anderen auf alle Fälle mithalten, also das ist mal eher Durchschnitt. Hier muss man auch gleich dazu sagen, in den ganzen Tests, die ich jetzt in den drei Monaten mit Starlink hatte, das variiert extrem. Also ich habe nicht immer hier 220 Mbitz im Download, das sind manchmal auch nur 59. Das kommt immer ein bisschen auf die Tagesform ab, aber wie gesagt, das ist ja auch alles Beta-Phase. Man merkt auch, dass es kontinuierlich immer besser wird und ich bin gespannt, wie sich das auch später mal auf den Upload auswirken wird. Und um es jetzt kurz zu halten, habe ich hier natürlich auch wieder dieselben Datenpakete hoch und wieder runtergeladen und die Zahlen sind wirklich toll. Der Upload liegt bei einer Minute 50 und der Download bei sagenhaften 17 Sekunden. Und im Vergleich bedeutet das, dass wir natürlich im Download der absolute Meister sind mit dem Starlink. Beim Upload kommen wir auf Platz 2. Starlink! Wir gucken, wie weit wir uns entfernen können. Bei Starlink habe ich jetzt bei 35 Meter abgebrochen, da habe ich immer noch nicht wirklich schlechteres Signal gehabt. Also aufgrund der Zahlen, die wir vorgesehen haben, ist es vollkommen klar, mit dem Starlink kann man richtig geil streamen. Auch Webmeetings haben hervorragend funktioniert. Da war man am Anfang ja ein bisschen mit Sorgen behaftet, funktioniert das wegen der Latenzzeit und so weiter. Aber ich kann euch versprechen, das hat alles hervorragend funktioniert. Ich hatte nur einmal eine Unterbrechung und das war genau, als ich eine Live-Sendung auf YouTube mit dem Aki zusammen gemacht habe. An der Stelle auch nochmal ganz liebe Grüße. Da hatte ich einmal einen Abbruch, aber ansonsten hat das immer hervorragend funktioniert. So, jetzt haben wir alles gesehen zum Starlink. Ivo, was sagst du? Schaut sehr spacey aus, muss ich sagen. Aber tarifmäßig brauchst du dafür nicht viel sagen. Das ist wichtig, denn das kriegst du nicht über irgendeinen Telekommunikationsanbieter, das kriegst du nur über Elon Musk. Und da kann ich die Frage gleich beantworten, weil da gibt es keinen Tarifdschungel. Da zahlst du 500 Euro, also 499 Euro für die Hardware einmalig. Und dann zahlst du pro Monat 99 Euro. Aber komplette Flat, aktuell an den Ort gebunden, später aber weltweit. Ja, und damit kommen wir auch schon zum persönlichen Fazit. Der ist auch ganz wichtig, ist echt ein persönliches Fazit. Ich habe versucht, euch vor allem so neutral wie möglich darzustellen. Und jetzt kann ich euch halt nur sagen, was meinen Bedürfnissen am besten entspricht. Das ist nämlich halt auch total abhängig, wie ihr alle unterwegs seid, wofür ihr das Internet braucht und so weiter. Ich kann euch folgendes sagen. Der hier ist mega cool, fällt bei mir aber komplett raus. Habe ich leider keine Verwendung für. Warum? Ich finde, die Anwendungsfreundlichkeit ist mega. Ich finde, auch die Qualität ist gigantisch. Also was der mir immer wieder Netz hergezaubert hat, wo andere Systeme nicht mehr so gut waren. Also nicht nur jetzt in dem Test, den ich euch hier auf dem Feld zeigen konnte, sondern auch wenn ich jetzt wirklich immer unterwegs war. Der hat echt immer bis auf einmal im Allgäu überall noch Netz hergezaubert. Und das hat er richtig gut gemacht. Und auch die Qualität, also auch die Uploadrate und auch die Downloadrate ist immer überzeugend. Also wirklich mega. Ich finde es auch vom Preis her echt akzeptabel. Aber es geht halt nicht im Ausland. Deswegen für mich leider ein No-Go. Ja, dann kommen wir gleich mal zu ihm hier. Starlink ist mega beeindruckend. Ich glaube, von der Downloadrate habe ich kein System gehabt, das mir diese Zahlen liefern konnte. Es ist wirklich krass, wirklich sehr beeindruckend. Aber dennoch schafft das natürlich nicht in meinem Wohnmobil. Und ihr versteht wahrscheinlich auch schon, warum. Ich habe es extra mal so provokant hier aufgebaut. Allein die Verpackung, wie du den transportieren musst, dieses Aufgebaut, das Hin und Her, diese Riesenschüssel, das Gewicht. Und dann auch noch das Thema Kosten. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, das ist total geil für den, der es komplett ausnutzen kann. Aber gerade für uns Camper ist das definitiv noch nicht ausgereift. Ich bin mir auch sicher, dass dieses Teil den Markt revolutionieren wird. Bin ich mir wirklich sicher. Ich glaube, dass in absehbarer Zukunft Elon Musk auch noch mal eine mobile Einheit präsentieren wird. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Da werde ich euch natürlich auf den Laufenden halten. Weil am Ende, stellt euch das mal vor, egal wo du bist auf der Welt, hast du solche Datenraten. Dann kommen wir zu dem Oyster Connect System. Das ist mein Favorit. Ich bin ganz ehrlich, es ist einfach so eine Maschine. Das läuft durch, egal wo du bist. Ich habe immer Netz gehabt. Das System hat für mich immer sehr gut funktioniert. Jetzt habe ich auch verstanden, was diese zwei Antennen machen und so weiter. Auch in Regionen, wo das Netz wirklich richtig schlecht war. Ich war einmal im Allgäu an so einem hintersten Eck in Scheidegg an einem traumhaften Platz. Aber ich hatte halt kein Internet. Der Einzige, der mich mit Internet versorgen konnte, war die Oyster. Und auch nicht perfekt mit super Datenraten. Aber ich konnte wenigstens meine E-Mails abrufen und konnte notdürftig arbeiten. Mit allen anderen Systemen konnte ich das dort nicht. Außer natürlich mit Starlink. Aber haben wir schon gesagt, ist schon rausgefallen. Und was ich an der Oyster Connect total genial finde, ist eben auch dieses Thema, dass du hin und her schalten kannst zwischen WLAN und im mobilen Netz. Das heißt, mein Webcatcher, den ich euch noch im letzten Video gezeigt habe, fliegt raus aus meinem Auto und ich ersetze ihn mit dieser Antenne. Das ist so ein Allrounder. Und das letzte Positive, was ich noch erwähnen möchte, ist, ich kann es halt auch während der Fahrt benutzen. Das bedeutet, wenn mal jemand anders fährt, kann ich super cool arbeiten. Wenn ich irgendwie in der Telco bin, kann ich das Ganze über den mobilen Datensatz machen. Das ist für mich auch sehr angenehm. Und ich habe gelernt, dass die Konnektivität deutlich besser war, als ich das über meinen Mobilfunk am Handy machen konnte. Und ich weiß nicht, schreibt ihr auch mal in die Kommentare, ob das richtig ist oder falsch ist. Ich fühle mich halt auch wohler, weil die Antenne wirklich draußen am Fahrzeug ist und die Strahlung nicht im Fahrzeug drin. Also damit fühle ich mich einfach besser. Gut, und jetzt ist noch die Frage, was ist mit dem Kleinen hier? Bin ich ganz ehrlich, den habe ich auch dabei und zwar als Backup. Das ist einfach mein kleiner Allrounder, den ich auch mal unabhängig vom Camping mitnehmen kann, einfach mitführen kann, der zuverlässig für Internet sorgt. Er hat nicht dieselbe Zuverlässigkeit wie die Konnekt zum Beispiel. Und es ist immer so ein bisschen Geräume mit wieder Akkuladen und dann wieder die Antennen aufs Dach und so weiter. Aber das ist alles machbar, keine Frage, alles machbar. Und er hat mir immer sehr gute Dienste erwiesen. Also, ich werde mit der Konnekt fahren. Habe ich mit der Konnekt mal ein Problem, habe ich immer noch ein Backup. So, jetzt kennt ihr mein persönliches Fazio. Und jetzt bin ich natürlich total gespannt, was haltet ihr von diesem System? Welche Erfahrungen habt ihr vielleicht schon gemacht? Welche Systeme verwendet ihr? Schreibt alles unten in die Kommentare rein. Das ist nicht nur für mich interessant, sondern für alle anderen Zuschauer natürlich auch super interessant. Also, an der Stelle schon mal herzlichen Dank dafür. Und auch wenn ihr Fragen habt, gerne unten reinschreiben. Alles, was ich beantworten kann, werde ich versuchen, so schnell wie möglich zu beantworten. Und dann wisst ihr, wie es ist? Lasst super gerne ein Like da. Das Video hier war echt extrem anstrengend für mich. Ich hatte wahnsinnig viel Recherche. Ich habe jetzt über diese drei Monate immer wieder alles aufgezeichnet und gemacht, damit ich euch dazuverlässige Informationen geben kann. Und wenn ihr sagt, hey, vielen Dank, Markus, für dieses Video, dann würde mich einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Das ist eine Motivation für mich, solche Videos weiterzumachen. Es werden mit Sicherheit auch ganz, ganz viele Folgen. Deswegen, wenn ihr nichts verpassen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren. In regelmäßigen Abständen kommen hier Videos zu Wohnmobilen, Testfahrten, Tipps und Tricks rund ums Wohnmobil und Campen. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, wie gesagt, gerne abonnieren. Dann freue ich mich sehr darüber und jetzt wünsche ich euch, egal ob ihr auf Internet angewiesen seid und mit welchem System ihr euch ins World Wide Web verbindet, immer ganz, ganz tolle Touren. Und das Wichtigste ist, kommt gesund und glücklich wieder zurück und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst die Sonne rein, euer Markus. Ciao. Ciao. Ciao.